Halli Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Territory. Äh, so. Ist hier noch was? Nein. Ist noch ein riesiger Gastank. Oder so. Oder Benzin. Wahrscheinlich ist es Benzin. Für die... oder Diesel. Für die Kisten hier. Also für die hier. Sehr gut. So. Also gut. Dann haben wir das. Ja, tausend. Tausend Coins für ein M4. Boah. Oder eine M4. Entschuldigung. Hier haben wir noch haufenweise neue Quests. Die alle gemacht werden wollen. Was ich jetzt aber nicht tue, denn ich jetzt erstmal... Welcome back. Ähm, Hütten. Hütten akquirieren. So. 7,62er Munition verkaufen, bitte. Was scheppert da so? Draußen. Und was haben wir noch da? Da sind die Coins. Die kommen hier rein. 9mm Munition. Aufverkaufen. So. Wo ist das Lost Magazine? Hier. Knife. Knife. Flashlight. Das passt alles Wasser. Okay. Und zu essen haben wir jetzt dieses Mal auch genug. Müssen wir nur schauen, müssen wir nur schauen, dass wir dann ein Lagerfeuerchen machen, bei Bedarf. Gut. Dann sind wir hier. Also da waren wir schon, da und da. Und gehen wir jetzt in die andere Richtung. Aber wir laufen. Wir rennen nicht, wir laufen. Und dann gehen wir zur anderen Hütte. Und schauen mal. Was wir so kriegen, wenn wir die Hütten abgefrühstückt haben. Also zumindest sind wir jetzt gut ausgestattet. Hier. Haben wir Licht. Und. Hier haben wir. Eine Knarre mit richtig, richtig viel Munition. Munition und hier auch noch mehr Munition. Sehr gut. Und Fleisch haben wir. Ich meine. Was willst du mehr? Fleisch und Munition. That's all you need. Und ein Wolf. Für noch mehr Fleisch. So. Gleich mal das Messer ausprobieren. Habe ich mir jetzt ins Knie geschossen. Äh. Geschnitzt. Raw Meat. Da ist es deckbar. Aber hier nicht. Naja. So. Laufen wir denn richtig? Ja. Ich laufe mal da hoch. Wo nochmal diese zwei Dinger sind. Das wäre ja monströs. Wenn da nochmal genau das gleiche ist. Also auch nochmal. Ähm. Nochmal eine Airbase. Eine Airbase. Ne. Eine Military Base. Mit genauso viel Loot. Hm. Also. Machen wir mal da frische. Ein paar frische Kugeln rein. Und wo ist das Magazin? Da oben. Will ich nicht. Ich sollte nicht rennen. Ich höre meine eigenen Schritte. So. Wo müssen wir hin? Hier lang. Ich sehe schon. Das ist ein. Ist das ein Trailer zu Hause? Ist das ein Wolf? Jep. Noch mehr Gratisfleisch. Kann ich das decken? Nein. Wenn es der Wolf deckt, dann geht's. Aber ich selber kann es nicht decken. Schade. Irgendwie sieht das gefährlich aus. Ich kann mir nicht helfen, aber. Irgendwie. Irgendwie sieht das hier. Bist du ein Trailer? Oder schießt du gleich auf mich? Ein Freund. Ein Trailer-Freund. Eine Freundin. Eine Trailer-Freundin. Ich könnte dir rohes Fleisch verkaufen. Aber. Hat die gerade telefoniert? Bye. Ah, ja. Bye. Aber ich könnte auch das rohe Fleisch. Äh, Moment. Ich könnte auch das rohe Fleisch erstmal komplett braten. Damit es gebratenes Fleisch ist. Einfach nur, damit es nicht mehr roh ist. Und uns da roh, in seiner rohen Weise, äh, das Inventar zu roht. Okay. So, machen wir aber da drüben. Denn das scheint mir tatsächlich nochmal genau dasselbe zu sein. Und das wäre natürlich richtig fein. Hier waren wir das letzte Mal. Hier sind mehr Berge. Drumherum. Was? Was? Ich war es nicht. Ah, ich glaube wir waren hier, ja. So. Her mit dem Zeug alles bis auf die Wasserflasche. Die lassen wir fallen. War ich das gerade? Ich dachte gerade, ich hätte was gehört. Ein Wolf. Ja, wir waren hier. Da ist einmal auf der Seite und einmal auf der anderen Seite. Oh, M4 Magazin. Oho. Ja, fein. So, jetzt ist mein Inventar dann gleich voll. Gut. Wir gehen erstmal ein bisschen was verkaufen. Und dann stelle ich, glaube ich, eine Standing Torch auf und grill mir da drauf ein bisschen das Fleisch. Es wird nämlich schon wieder dunkel. Ah, obwohl, es ist erst drei. Ja, obwohl, schon vier. Die Grillen zirpen schon. Hi. So, pass auf. Ähm. Wie viele Coins haben wir jetzt mittlerweile? Noch nicht so viele. Also, die knarren. Auf jeden Fall. Haben wir gar nicht so viele gehabt. M4 Magazin. M4 Magazin. M4 Magazin. Das brauchen wir ja theoretisch. Das sollte ich nicht verkaufen. Die 9mm Munition, die brauchen wir definitiv nicht. Dann haben wir Bandagen gefunden. Darf ich die auch verkaufen? Das ist 45er Munition. Da haben wir auch noch mal. Dann haben wir hier noch mal ein Magazin. Ach so, Moment. Das hier verkaufe ich dir mit Munition. Und da haben wir noch mal eins. Das kriegst du auch. Da haben wir noch mal eins. Das kriegst du auch. Wo ist es? Ja. Und da haben wir noch mal eins. Das kriegst du auch. So, dann haben wir Schrotflinten. Munition. In Hülle und Fülle. Die kriegst du auch. Da haben wir noch mal ein leeres Magazin. Das gibt es ja auch nicht. Ist ja Wahnsinn. Nochmal ein leeres Magazin weg. Das ist ja hier wie auf dem Markt. Das hat ja hier nichts mehr mit Spielen zu tun, was wir hier machen. Das ist ja nur noch Kaufen und Verkaufen. Das ist ja hier. Unfassbar. Hier hat es noch mal keins. So, jetzt haben wir schon wieder relativ viel. Jetzt schaue ich mal diese doofen Samen. HCS. Arabica Coffee. Jawohl. Aha, aha, aha. Das bleibt alles. Dann haben wir wieder zwei Lockpicks. Da verkaufe ich tatsächlich mal nur einen. Ach, scheiß drauf. Ich verkaufe beide. Wer weiß, wann wir was zum Picken finden. Zum Lockpicken. So, ich muss mal hier dieses Holz ein bisschen beiseite räumen. Und ich mache schon mal Standing Torches. Ruhig mal fünf Stück. So, ähm. Was können wir noch verkaufen? So, lass mal sehen. Die M4 braucht die 39er. Und die hier braucht die 54R. No Sinn. Das hat sich ziemlich nah angehört. Also, wir haben 780. Wir könnten uns die Mosin holen. Die funktioniert aber nicht, wenn ein Wolf auf uns zurennt. Da treffe ich gar nichts mehr. Vielleicht kaufen wir die später mal. Also, dann brauchen wir die 39er brauchen wir. Dann verkaufe ich die für mal 54R. Nein, nicht kaufen. Nein, nein, nein. Also, ja. Also, dann lassen wir gleich kein Platz. Platz mehr für Torch. Machen wir mal so. Dann gehen noch ein paar Torches rein. Also, das lassen wir da. Das ist Munition für die Knarre. Das brauchen wir. Und die Magazine. Ah. Ja, guck mal. Kann man doch da reintun. Ach, das braucht drei Plätze. Halt, geh mal da hin. Oh, jetzt wird's eng. Ach wohl, doch. Das passt hier noch rein. So, die Bohnen. Komm. Weg damit. Also, dann nehmen wir hier die Magazine runter. Munition haben wir dann ja auch schon. Bandagen. Coins. Coins. 205. Ja. Noch nicht genug. Noch nicht mal annähernd genug. So, weißt du was? Ich übernachte mal hier in deinem Haus. Hier ist die andere Tür, ne? Die ist zu. Gibt's hier sonst noch eine Tür? Ein Adler gibt's, den haben wir gehört. Und irgendwelche anderen Kreuchis und Fleuchis. So. Auf die fünf. Stellen wir hier davor, dann wird derjenige angebraten. Wenn er hier rein will. So. Wir nehmen weitere Torches. Ja, wobei ich mach die, ich verteile die hier ein bisschen im Raum. Dann wird's hier auch schön hell. So. Wer jetzt also mir hier in die Bude rein rennt. Split. Und dann hauen wir hier. Zwei Stück rein. Wird gebraten. Dann spliten wir das hier nochmal. Hauen hier auch zwei Stück rein. Hier kommen auch 25 Stück rein. da noch eins. Kann ich da jetzt mehrere? Nein. So, und das hier machen wir auch an. Müssen wir das hier nochmal splitten. Ja, jetzt bräuchte ich tatsächlich mehr Holz. Was ist dieses Storage? Achso, da kommt das Fertige dann rein, ne? Oh nein. Unsere, unsere Traderin wurde gerade angegriffen. So. Ja, jetzt braten wir uns ein bisschen Fleisch hier. Da haben wir noch sechs so gut. Wo haben wir denn am wenigsten drin? Na, hier noch 23. Machen wir es mal hier rein. Nein. Ich hätte es hier rein tun sollen. Na ja. Oh, pass auf. Das geht hier hin. Wunderbar. Müssen wir das Wasser mal wieder auffüllen. Sehr gut. Minus 29. Also, ich weiß nicht, ist das Fleisch gefroren oder warum ist da Minus? Minus 9. Da schreit sie wieder. 0 Prozent. Und dann, ich glaube, das muss erst auftauen, kann das sein? Das hat schon angefangen mit 2 Prozent. Äh, mit 2 Prozent. Mit 35 Prozent auch, ja. Ja, schön. Das hat auch angefangen. Ich glaube, das muss erst mal abgekocht werden. Oder irgendwie desinfiziert oder so. Und deswegen läuft der Timer erst mal rückwärts. Wer weiß, wer weiß. So, schön. Ich bleibe hier und warte, bis mein Fleisch fertig ist. Und dann gehen wir hier hin. Und dann gehen wir da hin. Und dann kundschaften wir mal alles aus. Mal sehen, ob ich das in dieser Aufnahmesession noch hinbekomme. Bevor die ganze Bande wieder zurückkommt hier. Ja, also M4 Magazin haben wir schon. Einmal mit 22 von 30 Schuss. Gut. Drei Magazine ist schon mal nicht schlecht. Eins, zwei, drei. Mehr als vier kriegen wir sowieso nicht rein. Gut, wir könnten es hier rein, aber ja. Aber ja. So, wie sieht es hier aus? 90% vom ersten. Da sind es auch noch nicht so viel. Das ist auch noch nicht so weit. Auch noch nicht so weit. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selber da dran entzünde. Und da haben wir einmal Cooked Meat. Und wenn wir gerade hungrig sind, schlabbern wir das gerade mal rein. So, das Raw Meat fängt hier wieder an. Mit Minusbereich. Hier haben wir auch nochmal Cooked Meat. Das futter ich jetzt nicht. Ach komm, ich mach hier nochmal... ...nochmal Bandagen. 16 Stück kann ich noch machen. Also 10 Stück, nochmal 10 Bandagen. Dann haben wir hier 50 Bandagen. Das ist sehr fein dann. Hier ist noch nicht so weit. Hier haben wir schon einmal. Dann packen wir das da rein. Und wenn man einmal drauf gegrillt hat, dann fängt es auch direkt richtig an. Das ist sehr schön. So, hier haben wir Cooked Meat. Einmal Raw Meat rein. Also das ist ein Known Bug. Das zuerst Minus anfängt. Aber wenn man einmal was drauf gebraten hat, dann kommt es schon in den Plusbereich. So, ähm... Ich würde mir das Holz wieder... ...wieder einverleiben. Da wird erst gekocht. Da wird auch erst noch gekocht. Hä, das ist jetzt auch wieder bei Minus. Uh... Die Tür lassen wir schön zu. Das ist auch wieder bei Minus. Hä? Buggy. Minusfleisch. Meines Mead. Ah, pass mal auf. Da hier. Die Bandagen, die Zähne. Die kommen da hin. Ach, ist das nicht ein schön aufgeräumtes... ...ääh... ...Inventar? Und mit diesem schön aufgeräumten Inventar machen wir eine kleine Folgenpause. Und sehen uns dann morgen wieder. Wenn es wieder heißt, time to play hier bei Territory. Bis dahin macht es mir gut. Ciao.